So beheben Sie langsames Drucken nach der Verwendung von HP Hochglanz oder Profi-Papier für HP DeskJet-Drucker unter Windows 11. Wenn Ihr HP DeskJet-Drucker nach dem Senden eines Druckauftrags sehr langsam druckt, ist der Standard-Papiertyp möglicherweise auf HP Hochglanzbroschüre oder professionelles Papier eingestellt. Schritt 1 Ändern des Standard-Papiertyps Suchen und öffnen Sie die Systemsteuerung über die Taskleiste. Wählen Sie Geräte und Drucker anzeigen aus. Wählen Sie die Kachel Drucker und Scanner im Menü Bluetooth und Geräte aus. Klicken Sie im Menü Drucker und Scanner auf die Kachel für Ihren Drucker. Wählen Sie Druckeinstellungen im Drucker-Menü aus, um das Pop-up-Fenster Einstellungen anzuzeigen. Klicken Sie auf die Registerkarte Papierqualität, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Medientyp und wählen Sie Normalpapier aus. Klicken Sie auf Übernehmen, dann auf OK. Senden Sie einen Druckauftrag, um die neue Einstellung zu testen. Schritt 2 Neu installieren des Druckertreibers Wenn das Ändern des Standard-Papiertyps nicht funktioniert, können Sie den Druckertreiber vom Computer entfernen und die HP Smart-App installieren. Suchen Sie in der Taskleiste nach Drucker und Scanner und öffnen Sie die Option. Wählen Sie Ihre Druckerkachel aus der Liste aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Entfernen auf dem Bildschirm der Druckereinstellungen. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ja. Öffnen Sie die HP Smart-Anwendung vom Desktop aus. Wenn Sie nicht über HP Smart verfügen, laden Sie die kostenlose App von 123.hp.com oder Ihrem App Store herunter. Wählen Sie auf dem Startbildschirm der HP Smart-App entweder Dokumente drucken oder Fotos drucken aus. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung Drucker installieren aus und befolgen Sie dann zur Installation des Druckertreibers die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal. Wiritere hilfreiche Videos finden Sie auf dem Bildschirm der HP Smart-App entweder Dokumente drucken oder Fotos drucken oder Fotos drucken oder Fotos.